Es ist schwierig für die Schweizer, kontrolliert nach vorne zu spielen, jetzt vielleicht mit Kasami. Tor! Das erste Tor für die Schweiz ist perfekt, es ist Kasami, der dieses Tor schießt. Was für ein Beginn für die Schweizer Mannschaft, da kann sie, so sage ich, das mit... Balloni in Calciodango, dal possibile 2-2, si arriva al 3-1, con la ballone che arriva da Ilicic, nel mezzo per Kasami, lo anticipa Zaccardo, che baffa Miranti. L'ultimo tosto sembra proprio essere quello dei difensori, 3-1 Palermo, Palermo che fa falta, va bene, la finisce 3-1 Palermo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.